Für Dach, das war's ja mal weh. Also, ich komm da nicht ove weg. Ich bin ja immer noch hell. Also, nee. Ich hab von Dach, wie was belebt, das muss ich ja jetzt vertellen. Ich vermöhn zum Halbnägen, wie Dr. André, ne? Und frag, ob das möglich war, dass ich noch in den Ring kwam. Du sagst, du helfest gar ein Telefon an mich, der war's mit Boben hern voll. Ja, hab ich angesagt. Also, das und den Dingsdachmörden um Halbnägen, da war's ein Trauerspiel. Sie mochen sich doch bitte Hülpzeugen, da gab's genug Selbsthilfegruppen für anonyme Alkoholikis. Wecki, was der an mich sagt hätt? Der hat an mich gesagt, der hat kein Problem, aber ich habe Schimborn heilgrohe Probleme. Ich moch mich bitte heil dringend psychologisch Hülpzeugen. Ja. Da hab ich an ihn gesagt, ach, wenn's was geht, Frau? Ich brucke ihn psychologisch Hülp. Wenn ich mein, da ich gehöre nicht alle hier Boben hab, dann lech ich mich noch mit aus dem Komo auf dem Sofa und kiek ein bisschen RTL 2. Mindestens noch 3 Minuten werd ich, da das bei mir hier Boben gar nicht so schlimm ist. Da gibt's nämlich Menschen, die haben voll großartig Dachschgau als ich. Gespräch beendet. Also sowat, ich löff sowat beleven, blöd ich, oder? Da gif ja mal vor.